Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu den Abendnachrichten. Heute Mittag ereignete sich am Donauer Badestrand ein schwerer Unfall. Ein siebenjähriger Junge stieg in eine Glasscherbe und musste anschließend genäht werden. Das große Problem ist, dass jeder seinen Müll liegen lässt und das kann eben auch zur Gefahr werden. Hier sehen Sie noch ein paar Bilder vom Unfallort.